Beim Design eines Tabat legen wir größten Wert auf eine attraktive Optik. Formvoll endet ist er jedoch erst, wenn daraus ein echter Wohlfühlraum entsteht. Offene Blickachsen sind die Basis für ein maximales Raumgefühl. Das ist für uns oberste Maxime bei der Innenraumgestaltung. Möbelgeometrien und Module werden dazu in jedem Grundriss für eine möglichst offene Konstruktion angepasst. In Verbindung dazu optimieren wir die Bewegungsfreiheit und sorgen für sinnvolle Abläufe, zum Beispiel bei der Platzierung von Küche, Kühlschrank und Ablagen. Bei der Integration von Lade- und Stauräumen achten wir auf eine ausgewogene Platzierung, um eine bestmögliche Gewichtsverteilung beim Beladen zu erreichen. Zusätzlich finden sich auch in den Stauräumen immer praktische Funktionen. Alles eingetaucht in ein harmonisches Lichtkonzept. Die eingelassene Ambientebeleuchtung in unseren Möbelfronten setzt die hochwertigen Materialien in Szene und erleichtert den Zugang. Anmutige LED-Spots im Tabat-Rauten-Design runden das Lichtkonzept ab. Ihre Welcome-Home-Atmosphäre mit futuristischem Touch. Denn im Tabat Cellini lassen sich Lichter und Lichtstimmungen sogar über die Sprachsteuerung konfigurieren.